Das Bürgergeld wird abgeschafft, wenn es nach der CDU geht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die CDU will, wenn sie nach der Bundestagswahl 2025 wieder an die Macht kommen sollte, das Bürgergeld so wie es jetzt ist, wie es aktuelle Rechtslage ist, abschaffen, meine Damen und Herren. Sie will nicht nur den Namen Bürgergeld abschaffen und Hartz IV wieder einführen, sondern sie will auch letzten Endes hier im System des aktuellen Bürgergeldes viele Veränderungen vornehmen, also sozusagen ein Rollback machen, also eine Rolle rückwärts machen. Das hat die CDU auf jeden Fall angekündigt und sie will das Hartz IV de facto wieder einführen. Die Umbenennung vom Hartz IV im Bürgergeld hat ja schon für Kritik gesorgt, aber die CDU stört sich danach nach wie vor an dem Etikett, also an dieser Beschreibung Bürgergeld, weil es angeblich letzten Endes dazu führt, dass es hier quasi wie eine Art bedingungslose Sozialleistung sei. Die CDU will den Druck auf Bürgergeldempfänger deutlich erhöhen. Die Umbenennung Bürgergeld in Hartz IV wieder zurück, sei es nur der Anfang. Der Generalsekretär Linnemann, das ist aktuell wohl der kleine Scharfmacher bei der CDU, der hat bereits mehrfach sich für die Abschaffung des Bürgergelds ausgesprochen. Die Hauptziele sind klar, mehr fordern und mehr Sanktionen, um den Druck auf Bürgergeldempfänger deutlich zu erhöhen. Deswegen, der Hintergrund ist relativ einfach. Es macht natürlich Sinn, aus Sicht der CDU das zu machen. Man will ja bei den Armen letzten Endes nur sparen, denn die öffentlichen Haushalte haben ein rasant gestiegenes Defizit. Innerhalb eines Jahres hat sich das sozusagen von knapp 33 Milliarden Euro auf 76 Milliarden Euro verdoppelt, meine Damen und Herren. Als Grund für den Defizit nennt zum Beispiel das Statistische Bundesamt auch die Erhöhung des Bürgergeldes. Und das Bürgergeld wird ja im Jahr 2024 ab Januar um 12,2 Prozent angepasst. Und dabei handelt es sich nicht um eine normale Erhöhung, sondern lediglich nur um die Anpassung an die Inflation, um das Existenzminimum zu sichern. So hat es auch das Bundesverfassungsgericht gefordert. Die CDU will den Arbeitszwangprinzip fordern, fördern wieder einführen und arbeitsfähige Menschen sollen verpflichtet werden, eine Arbeit aufzunehmen. Carsten Linnemann von der CDU spricht von einer allgemeinen Bringschuld, die auch gemeinnützige Tätigkeiten umfassen kann. Das heißt, Menschen sollen für das Existenzminimum zum Beispiel kommunale Aufgaben übernehmen. Wer keine Arbeit oder keine Ausbildung annimmt, soll zur Kasse gebeten werden. Jobcenter können bei Weigerung spürbare Sanktionen verhängen. Was genau das heißt, hat natürlich die CDU wie immer offen gelassen. Aber er weiß auch, dass Sanktionen laut dem Bundesverfassungsgericht von mehr als 30% verfassungswidrig sein werden. Also die CDU plant nicht nur die Abschaffung des Bürgergeldes, sondern das komplette Rückwärts, Rollback, Rolle rückwärts. Und möchte also wieder ein Sanktionssystem einführen, was die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger hier in Deutschland dazu zwingt, jede Arbeit anzunehmen und auch Ausbildungen anzunehmen, damit sie aus dem Bürgergeldbezug oder aus dem Hartz-IV-Bezug herausfallen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was Sie dazu sagen, aber für mich ist eindeutig klar, wenn die CDU, CSU an die Macht kommen sollte, wird das Bürgergeld, so wie es jetzt hier besteht, abgeschafft werden. So ist es das erklärte Ziel. Das heißt also, es wird hier ganz massiv in die Rechte der Ärmsten in Deutschland eingegriffen werden. Und das unter dem Hintergrund einer Partei, die christlich-demokratische Union heißt, die also auch christliche Werte, die die Nächstenliebe sozusagen hier vertritt. Also ich vermute, die Nächstenliebe hört letzten Endes bei Carsten Linnemann da auf, wo es um das Liebegeld in Deutschland geht. Und das scheint offensichtlich in Deutschland nicht genug vorhanden zu sein. Näher zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.